Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jemals in meinem Leben so ein Video machen werde, denn ich habe mich einfach nicht als so ein Mensch eingeschätzt. Aber kurz mal vorweg, ich bin kein Typ, der ein Stativ aufstellt, eine Kamera drauf macht, auf Record drückt und dann anfängt zu heulen und sagen, oh nein, mir geht es so schlecht und oh, ich bin so ein Armer und so, das bin ich nicht. Aber ich habe euch von Anfang an gesagt, ich werde euch ehrlich sein. Ich werde euch auch die schlechten Seiten zeigen und nicht nur zeigen, ey, ich habe Streifen überall auf meinen Schultern, immer mit dem Brust und meinen Lattes und es sieht alles so toll aus und es ist so schön und die ganzen Kommentare, boah, das sieht so geil aus und es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Eine Wettkampfdiät ist hart, eine Wettkampfdiät ist schmerzhaft, eine Wettkampfdiät hat, ich spreche einfach für mich, ich spreche nicht für andere, hat mich an mein Limit gebracht, mehrfach. Ich bin mehrfach am Boden gelegen, wollte aufgeben, war kurz davor irgendwie mein Kopf, gegen eine Wand zu schlagen, ich habe meinen Kopf gegen diesen Schrank, der hier neben mir steht, habe ich meinen Kopf gegengeschlagen, weil ich nicht mehr wusste, was machen, weil ich mental einfach ausgerastet bin, nicht im Sinne von, ey, ich mache jetzt irgendeinem Menschen irgendwie, tu dem weh, sondern einfach, ich komme nicht darauf klar, mein Gehirn, es ist alles vorbei, ich gebe jetzt auf, es hat keinen Sinn mehr, mein Leben hat keinen Sinn mehr, diese Gedanken sind mir alle gekommen, weil mein Körper nicht mehr richtig funktioniert mit diesem tiefen Körperfett und das will ich euch sagen, wenn ihr eine Wettkampfdiät wirklich durchzieht und shredded werdet und nicht bei irgendwie 9% dann aufgebt und sagt, oh nein, es ist mir zu hart, dann werdet ihr an euer Limit kommen, dann werdet ihr euch neu kennenlernen, was beschissen ist und geil zugleich. Ich bin unglaublich dankbar für die Erfahrungen, die ich aktuell am Machen bin, denn sie sind beschissen, aber das ist, was einen auch als Mensch ausmacht. Ich persönlich bin der Meinung, die besten Zeiten im Leben sind die tiefsten und die höchsten, nicht die flachen, normalen. Wenn ihr jetzt zurückblickt auf euer Leben, auf die letzten paar Jahre, diese Monate, in denen es euch gut gegangen ist, in denen ihr keine Struggles hattet, in denen ihr keine wirklichen Hochpunkte hattet, das sind einfach so Sachen und so diese Zeiten, wo man zurückblickt, so, ja, ich habe gelebt, okay, war cool, war schön, aber die Zeiten, die seinen Scheiß gegangen ist, die Zeiten, wo man wirklich im Bett gelegen ist und sich gedacht hat, Alter, ich will morgen nicht mehr aufwachen, auf diese Zeiten zurückzublicken, ist geil, wenn man oben ist, ist geil, wenn man was erreicht hat, ist geil, wenn man sich richtig gut fühlt und irgendwo in Teilen am Strand liegt, zwei Ladyboys neben sich hat. Nein, aber ihr wisst, was ich meine und es sind diese Tiefphasen, für die man dankbar sein wird und für die ich auch dankbar sein werde, wenn ich das geschafft habe, wenn ich diese Wettkampf-D durchgestanden habe. Falls ihr euch überlegt oder auch ich euch wie motiviert oder inspiriert habe, eine Wettkampfvorbereitung zu starten, sage ich euch jetzt nicht, macht es nicht, aber ich sage euch, überlegt es euch wirklich gut. Der Part, der für mich der härteste war, der härteste ist, und ich habe das immer noch, ich habe es täglich, die letzten Tage, wo ich wirklich einfach da sitze, da liege, mich einrolle und einfach nur nichts machen kann. Ich kann nicht klar denken, es geht aber nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich hatte sowas schon ewig nicht mehr. Ich hatte sowas das letzte Mal, wo ich 10 war. Wo ich 10 war, hatte ich da irgendwie solche Ausraster und wie ein kleines Babyverhalten. Und das ist nicht schön, das wieder zu haben. Und 6 Jahre später, wo ich gedacht habe, dass ich sowas nie mehr haben werde. Aber es ist gekommen und ein paar Tage ist es geschafft, ein paar Tage haben wir es durch, ein paar Tage ist der Wettkampf. Ich wollte dieses Video jetzt einfach hier noch machen, euch ehrlich sein, euch real sein. Und naja, auf jeden Fall hat gerade die Klingel bei mir geklingelt. Meine Mama ist nach Hause gekommen und ich muss ihr Hallo sagen, guck mal. Ich habe ihr heute sogar Blume mitgebracht. Denn das ist auch nochmal ein Teil, ich habe mich selbst nicht unter Kontrolle. Und das ist der schlimmste Teil meiner Meinung nach, denn meine Mama liebt mich über alles. Ich liebe meine Mama über alles. Es gibt keine Menschen, die ich so sehr liebe wie meine Mama. Und dann probiert sie mir irgendwie was Nettes zu tun oder fragt mich irgendwas. Und ich bin schon so aufgeregt, weil ich meine Emotionen nicht unter Kontrolle habe und nichts. Und dann werde ich laut gegen meine Mama und das ist, das bricht mich innerlich, weil ich weiß, dass ich damit ihr wehtue und das ist das Schlimmste für mich in meinem Leben. Ja, ich habe ihr heute Blume gebracht. Naja, geben wir die ihr jetzt. Also, ich nehme euch nicht mit, weil das ist fucking Prima. Und ja, wie gesagt, das ist halt immer das Schwerste für mich, ist, dass ich mich auch und so selbst nicht unter Kontrolle habe, dann Sachen sage, die ich nicht sagen will und Sachen, die ich nicht machen will. Also, natürlich werde ich jetzt nicht handgreiflich oder so, aber einfach aggressiv oder so. Weil, stellt euch mal vor, die Person, die ihr am meisten liebt oder eure Familie oder was auch immer, will euch was Gutes, was Positives und ihr seid einmal schon genervt, ihr kommt nicht darauf klar und ihr könnt euch selbst nicht kontrollieren und dann reagiert ihr aggressiv darauf zurück und dann einfach dieser Blick, auch diese Enttäuschung, diese... Es ist aber nicht schön. Sagen wir einfach so, es ist aber nicht schön. Aber das Wichtigste ist, das Einzige, wieso ich das durchhalten kann, ist, weil ich weiß, dass es vorbei ist nach diesem Wettkämpf, weil ich weiß, dass ich dann wieder normal bin und weil ich auch weiß, dass meine Familie mir das verzeihen wird auch. Dann war es mit dem kleinen Real Talk. Vielleicht hat der eine oder andere sich jetzt von euch gedacht, ey, ich mache diese Wettkampfvorbereitung doch nicht oder der andere hat sich gedacht, ey, genau wegen dem mache ich jetzt die Wettkampfvorbereitung, weil ich will mir die Challenge selber stellen. Aber seid euch einfach bewusst, es wird hart sein, es wird nicht leicht sein. Aber wenn ihr die Scheiße durchzählt und nicht abbrecht, werdet ihr euch selbst dankbar sein. Also, glaube ich mindestens. Bis jetzt habe ich den Wettkampf noch nicht gemacht, aber ein paar Tage. Somit bis morgen.